Ich habe eine Zecke direkt auf meiner Eichel drauf und ich habe jetzt gerade hier eine Zeckenzange oder eine Pinzette und das wird jetzt so richtig unangenehm sein, den zu entfernen. Das wird bestimmt schmerzen, den rauszuziehen. Aber genau, ich werde den jetzt rausziehen. Also ich kann das nicht zeigen, weil sonst kommt Strike, aber ich werde das jetzt rausziehen. Oh, war das unangenehm. Und Leute, mir ist gerade noch eine weitere Zecke direkt an meinen Sack dran aufgefallen. Das wäre auch wieder unangenehm, den rauszuziehen. Aber Sack finde ich nicht so extrem schlimm wie Eichel. Jawohl, ich habe die Zecke raus. So, ich habe gerade beide Zecken entfernt, sowohl aus dem Hodensack als auch aus meiner Eichel. Und der aus der Eichel, das war so richtig unangenehm gewesen, das rauszuziehen. Aber bei der Eichel ist der Kopf noch drin geblieben, glaube ich. Also da ist so ein kleiner schwarzer Punkt, das ist voll scheiße. Ich habe nicht gedreht, ich habe gezogen, wie man es macht und ausgerechnet da ist der Kopf noch drin. Den kriege ich gar nicht raus. Ich muss das beobachten auf jeden Fall. Aber dass ich so eine Zecke direkt auf der Eichel drauf hatte, das war so richtig unangenehm gewesen. Das war so richtig scheiße gewesen, das rauszuziehen. Und dieser Hügel fühlt sich auch voll unangenehm an. Ich nenne das ab sofort als natürliche P*** Vergrößerung.